guten morgen um die ersten vier sich sehr cool so jetzt müssen wir gleich mal gießen da muss ich nach wie vor noch schauen was ich da machen kann bei baue und platziere drei dekoartikeln aus blumen wo ich das machen kann dann ernt man die gleich hatte ja die muss ich dann später mal auseinandersetzen war irgendwie blödsinn aber ich habe keine felder mehr gehabt so ok warte bürsten damit ich auch gleich du gehörst nur gestreichelt ich darf mal streicheln und bürsten wirst du da bleiben so einsammeln so hier noch wunderbar und dann kommt hier rein und dann lasse ich euch raus wenn ich raus ah ok ich kann einfach drüber springen ok so einmal raus das wollte ich nicht ok ok warte kann ich ok warte können wir hier ach so rucksack ist voll ja machen wir hier einmal davon machen wir ja ziehen hiervon machen wir sechs dann dann hier können wir eh nix machen dann die restlichen sachen verarbeiten mal da drinnen ach so so rum so rum nein da ja da und hier so jetzt die blumen können wir wieder reingeben die biene geben wir rein das kommt alles rein das kommt rein das kommt rein das kommt rein das kommt rein was haben wir denn hier da haben wir eh nach wie vor nichts so Dekorationen mit Blumen da ist aber nix mit Blumen Oh, da haben wir noch was zu gießen. Was? Okay. Weil ich habe doch alle. Bis auf den hier. Getränkestation, Siegelstation, Steinschmiede. Bauholz, ja, am Basteltisch haben wir auch. Dekortikel für dein Haus, im Webstuhl, ja, am Pflanztisch, die Herdstelle und Küchenarbeitsplatte, das haben wir ja alles. Aber ich habe hier nichts mit Blumen. Aue und platziere drei Dekortikel aus Blumen. Sollen wir uns da ein bisschen umschauen noch? Warte mal, ich habe da noch Siegel drinnen, ne? Warte mal. Die brauche ich ja jetzt nicht mehr. Ähm. Die können wir ja verkaufen an und für sich. Ah, warte, warte, warte. Ähm. Ähm, 15. Die unten können wir auch verkaufen, die hier. Ähm, die Schnecke. Dann die Siegel. Weil hier drinnen kann ich keine Dekorationen machen. So, die Siegel. Oha, das sind sogar ein bisschen was wert. Oha, was? So. Schreinerdienst. Ach so, da kann ich nur das Zuhause verbessern. Ne, das wollen wir nicht. Das ist Kleidung. Oha. 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 Was? Rüste dich beim Angeln aus? Verschönere deine Wänden mit Worten. Ich weiß nicht, ob ich mir sonst irgendwo was kaufen kann. Da komme ich eh nicht rein. Da drin, glaube ich, kann ich mir solche Sachen nicht kaufen. Muss ich da jetzt weiter erkunden gehen? Das Problem ist, ich habe halt für die Quest nur fünf Tage Zeit. Hier kann ich mir nur die Tränke kaufen, hier kann ich mir Essen kaufen. Hm. Da ist zu. Bei ihr können wir gerade gar nichts machen. Da ist auch zu. Hier, glaube ich, ist auch zu. Oh, hi. Wups, und weg ist er. Okay, hier ist auch zu. Ein Zitrin-Zitrin-Siegel. Aha, okay, cool. Okay, cool. Jetzt aber. So. Ich fürchte halt. Entweder muss ich mir irgendwo was kaufen. Oder ich übersehe irgendwas. Kann ich hier? Ist noch was. Quaken, der Teppich. Okay. Bei ihm hier gibt's nichts. Da kann ich rein auch nicht. Da ist der schaurige Wald. Da komme ich noch nicht rüber. Da komme ich noch nicht rüber. Da komme ich noch nicht rüber. Geheimnisvolles Wäldchen. Hier. Da komme ich noch nicht rüber. Da komme ich nicht dran vorbei. Da komme ich nicht dran vorbei. da bin ich hier den habe ich nicht erwischt wie es aussieht so hier ist ja nach wie vor auch sonst nichts hier ist nach wie vor auch der weg versperrt das ist jetzt eine gute frage wo kommen wir mal hier hin aber was okay warte warte ich hole mir jetzt so ein tee zu hause ob das hilft ein wärmenden brauche ich warte 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 kochen ein wärmendes getränk okay ich nehme mal alle mit ich probiere ob es was hilft weiß ich nicht so warte ich trinke mal einen konsumieren ob das was hilft nee verdammt ich weiß nicht wo ich was machen kann das sind alles nur sachen für die tiere und bin ich dann eh schon hier unten hast du du hast keinen laden und dann sind wir eh schon wieder hier unten ich sehe nichts ich sehe nichts hallo hier ah es ist sich nicht ausgegangen immer halt hier rüber so was ist hier kann ich nicht aufbrechen glaube ich oh ein zottelteppich und da komme ich auch nicht rüber hier ein mit in mit in 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 Da sollte ich den Kich noch nicht herkommen. Hier rutsche ich ab. Oh shit, ich muss nach Hause. Ich muss nach Hause. Aber ich habe da jetzt auch nicht wirklich was gefunden. Vier Tage habe ich nur noch. Das könnte ein Problem werden. Das könnte ein Problem werden. Na ja. Gut, ich sage Dankeschön. Gute Nacht und bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.